Die Western-Hits, das ist ein Medley von einem Film, die Bad and the Ugly. Hi nun, oder Bonanza, manche von Ihnen werden die Sendereihe noch kennen, aus vorvergangener Zeit. Ich glaube, das war im letzten Jahrhundert. Haben Sie also viel Spaß. Er sagt gerade, im letzten Jahrtausend, unser Felix. Er hat recht, viel Spaß mit den Western-Hits trotzdem und Bonanza. Er sagt gerade, im letzten Jahrtausend, unser Felix. Er sagt gerade, im letzten Jahrtausend, unser Felix. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020